was geht ab ihr geilen klubspruchs vielen dank dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen runde von overwatch ich spiele diesmal tracer scheiße es geht nicht ich muss ein bisschen reinkommen in die fähigkeiten ich spiele noch im kostenlosen wochenende das sind ja minimagazine hier gefühlt mit dem ding so der ist tot aber wie schnell die magazine leer sind das war da jetzt los was er eins okay dann kann ich interessant hauptsache mir schwappelt so ein typ vor der fresse rum da habe ich mich gerade hart selbst ausplayt einer keine ahnung was ich da gemacht habe ich brauche leben ich brauche leben ich brauche leben scheiße da war ich gerade ein bisschen überfordert könnte man sagen so was machst du da das ist neus da kommen recht schnell voran kann wahrscheinlich auch schon schwer getroffen werden aber die hält auch nicht viel aus ist halt der preis dafür dass sie so mobil ist alter einmal oft mit qualen zu schießen ich werde eigentlich eigentlich will ich rein aber ich weiß wenn ich da jetzt rein rennen dann will ich tut okay so war es nicht geplant so war es nicht geplant aber überlebt okay hier ist nichts wir müssen mal langsam vorrücken da kommt einer hoch von heute mal da wie er aus dem fenster geflogen ist so da musste ich mich kurz hin campen 66 leben ist nicht viel so jetzt sind wir wieder gesund wow alles klar so viel zu gesund komm schon schneller bitte ich brauche mir nicht ziehen ich versuche gleich mal was ich kenne gleich einfach mal rein da alles klar tue ich doch nicht da wurde ich erwischt von dieser leuchtenden leuchtkugel aber wenn ich mir mal überlege was ich manchmal so von mir gebe das ist nicht mehr das ist nicht nicht gut weder für mich noch für andere okay hier ist zu das sind türme wow den hab ich wo ist den lol ja deine stunde hat wirklich geschlagen tschüss woher da bin ich hier voll in die kugel gesprungen ach scheiße also es macht schon laune das zu spielen keine frage ähm aber die frage ist ist das das geld wert da muss ich echt überlegen ähm und wie gesagt ihr habt echt einen großen einfluss darauf ob ich mir das holen werde oder nicht denn wenn das gut bei euch ankommt dann äh bin ich mir sehr sicher dass ich das holen werde sie haben einen telepott äh nein mit kreis hocke ich mich ja jetzt hin hab ich auch umgestellt boah zwei fast tot alter nein oh scheiße ich kann mich selbst töten aber ich hab noch einen gekillt guckt euch rein diese killcam bam aber ich hab einen gekriegt alter ich hab elf eliminierung oh oh ich bin mal so frei und äh ok ja ähm ich weiß nicht wie das da aussieht ich glaube das haben wir verloren da sind wir echt nicht durchgekommen aber was hat der jetzt für ein ende äh mit der leuchtenden leuchtkugel war ich da ein opfer von ja ich war das opfer ach man miste miste ja gut äh das war's dann ja hier der ist in meinem team den muss ich ja gut ich würde sagen ich verabschiede mich hier ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn das eine kurze runde war und eine schnelle niederlage lasst mich auf jeden fall wissen ob ihr mehr davon sehen wollt und dann würde ich sagen sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten video tschüss und dann